hallo liebe leute in diesem video möchte ich dir zwei spektakuläre funktionen noch einmal ganz genau vorstellen die eine habe ich schon mal vorgestellt da geht es darum in einer minute eine webseite machen und die andere funktion diesen nagelneu in sagen wir mal weniger als einer minute eine perfekte e mail schreiben also das ist schon der wahnsinn was hier geht und das musst du jetzt unbedingt sehen und kennenlernen damit du auch sehen kannst wahnsinn was ich hier für eine zeit mir einspare und wenn ich so mit den deutschen rede ich selbst lebe ja in mexiko und ich rede mir keine zeit ich bin so unter druck ich habe keine zeit diese woche nächste woche auch schon keine zeit ja wenn ich das schon höre von einzelunternehmern kleinunternehmer dann weiß ich mann 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 die sind erstens mal schlecht organisiert ja oder nehmen sich zu viel laden sich wahnsinnig viel auf und sie machen alles selber wahrscheinlich ja und haben kein team im hintergrund hier hast du ein team im hintergrund und zwar du hast ein team im hintergrund mit menschen die dir weiterhelfen und zum zweiten du hast hier die künstliche intelligenz und jetzt zeige ich dir mal die künstliche intelligenz im einsatz ja zu beginn musste hier ein business profil anlegen du hast siehst hier ich habe drei stück das oberste das habe ich jetzt mal gemacht um dir das zu zeigen was ich dir eben hier zeigen möchte ich habe hier jetzt mal mein unternehmen genial marketing genannt ja ich klicke jetzt hier mal drauf und dann siehst du schon ich habe hier eine mein business name ist genial marketing ich habe dann hier mein produkt also mein unternehmen mit zwei drei sätzen etwas erklärt daraus entstand dann über die künstliche intelligenz entschuldigung eine geschäfts beschreibung hier unten habe ich die keywords bekommen die natürlich in meine seite automatisch eingebaut werden ich habe hier gesagt bekommen welche schriftart soll ich benutzen am besten für meine überschriften für meinen body text und welche farben soll ich nutzen um möglichst ja branding zu betreiben dass es das gibt es das psychologische auch am besten wirkt ja es ist also die voraussetzung ich muss hier quasi ein business profil erstellen nachdem ich das gemacht habe gehe ich jetzt her auf hier klicke hier auf diesen punkt dann sage ich möchte eine neue webseite haben das habe ich ja schon mal vorgeführt ja dann immer jetzt genial marketing muss ich auswählen das nennen wir jetzt einfach mal genial die webseite name den ton kannst du hier wählen freundlich professionell überzeugend wähle ich meistens du kannst auch noch begeistert wählen formal oder humor voll dann die url nämlich hier die soll dann heißen auch genial minus marketing ja so jetzt haben wir mal das jetzt kann ich hier wählen möchte ich eine webseite haben einen sales funnel oder eine landing page ich entscheide mich jetzt mal für eine landing page wenn ich hier den regler umlege dann wird auch noch die dsg vo berücksichtigt so jetzt sage ich mache mir eine webseite und jetzt kannst du auf die uhr schauen wie schnell das geht dass wir hier die webseite fertig haben jetzt geht's los das ist also überhaupt nicht irgendwie gekürzt das ist die live zeit so und schon ist diese webseite fertig du siehst hier wenn ich jetzt seife also speichern dann kann ich hier in die vorschau gehen und dann habe ich hier genial marketing ihr partner für erfolgreiche geschäftsentwicklung dank modernster technologie optimierung ihrer marketing strategien für maximale rendite mit kontaktfeld zum ausfüllen ja dann haben wir hier kundenbewertungen gleich mit drin optimieren sie marketing strategien mit genial marketing und hier noch mal willkommen bei genial marketing das wäre es die landing page hier entstanden ist hier unten haben wir dann die cookies richtlinien akzeptieren oder oder dingens ja so das wäre jetzt die seite die jetzt entstanden ist natürlich kann man alles noch verändern man kann noch videos einbauen texte vor einer natürlich sollten diese texte hier verändert werden für die kundenbewertungen ja aber die seite ist fertig so das war jetzt mal der erste schritt und jetzt schreiben wir noch eine e mail in einer minute ja du hast gesehen es geht also ruckzuck wie man hier eine webseite macht du kannst hier so viele webseiten machen wie du möchtest jetzt haben wir hier aber auch die möglichkeit eine e mail genauso schnell zu schreiben wie du die webseite hier machst du siehst was du hier die zeit spaß das ist er einfach enorm ja und du hast hier wirklich und für die e mail schreiben eine gescheite e mail brauche ich mindestens meistens eine halbe bis eine stunde wenn ich selbst mache mit rechtschreibfehler korrektur und 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 also jetzt machen wir eine neue e mail wir gehen hier drauf dann sagen wir wieder für genial marketing jetzt sage ich was soll ich hier in diesem marketing was möchte ich hier besonders herausheben in dieser e mail dann sage ich weil es auch so ist momentan momentan monatliche beziehungsweise jährliche beiträge bis zu bis 67 prozent günstiger ja zum beispiel wirklich jetzt auch vorheben und möchte dass das darüber es geht in dieser e mail günstiger, um webseiten landing pages e mails e mails herzustellen und unlimitiert leads generieren zu können also das soll jetzt der inhalt dieses schreiben sein was mir jetzt herzustellen das soll jetzt der inhalt dieses schreiben seins der kampagnename den immer jetzt mal genial marketing ja jetzt hat von welchem e mail account soll es ausgehen von meinem den ich vorher hier angelegt habe und jetzt kann ich hier sagen welche listen möchte ich hier denn mit verbinden ich habe vorher verschiedene listen angelegt ich nehme jetzt mal die genial liste leistet ist doch niemand drin aber du kannst ja auch listen importieren die du schon hast und über die lead generierung kannst natürlich listen aufbauen ja also du hast hier alles was du brauchst um ein gescheites business zu betreiben ich sage jetzt mal genial liste ist noch niemand drin ja aber ich will ja nur dass du siehst wie das hier geht so und jetzt schreiben wir eine e mail und jetzt bitte stoppuhr wieder einschalten und los geht's so die e mail wird jetzt gerade für dich hergestellt jetzt bin ich mal wirklich gespannt wie diese e mail gestaltet ist und ich schätze mal du wirst genauso staunen wie ich jetzt auch weil ich staune jedes mal so du siehst hier diese e mail ist fertig ja du siehst hier ist ein bild mit drin ja jetzt lesen wir uns mal den text der überschrift genial marketing ihr partner für erfolgreiche geschäftsentwicklung dann hier wir bei genial marketing sind ihr zuverlässiger partner wenn es um die erfolgreiche geschäftsentwicklung ihres unternehmens geht mit unserer modernen technologie und fortschrittlichen künstlichen intelligenz können wir ihnen dabei helfen lästige aufgaben effizient zu erledigen unser ziel ist es die voraussetzungen für den gewünschten erfolg ihres unternehmens zu schaffen aktuell bieten wir eine besondere möglichkeit monatliche beziehungsweise jährliche beiträge um bis zu 67 prozent günstiger mit dieser preisreduktion haben sie die chance erstklassige webseiten landing pages und e mails zu erstellen darüber hinaus ermöglicht ihnen unsere spezielle funktion unbegrenzt leads zu generieren und somit maximale rendite aus ihren investitionen zu erzielen es war noch nie so einfach und kostengünstig ihren umsatz zu steigern und neue kunden zu gewinnen verlassen sie sich auf genial marketing um ihre marketing strategien zu optimieren kontaktieren sie uns noch heute und lassen sie uns gemeinsam ihre ziele erreichen weitere informationen jetzt hier oder den button muss natürlich noch drunter legen wo die leute hingelangen soll nachdem sie hier klicken und du kannst hier eventuell noch eine handlungsaufforderung hinein bauen das ist überhaupt kein problem ja aber die webseite die ich finde diese e mail ist optimal geschrieben kann man überhaupt nicht meckern du hast dir unglaublich zeit gespart du hast mit der künstlichen intelligenz wie eine mannschaft ein team hinter dir was dir sämtliche arbeiten in guter qualität erledigt ja und wenn du mal nicht weiterkommen solltest hast du auch noch ein menschliches team im hintergrund hier welches dir weiterhilft du hast wirklich personal profis im hintergrund und natürlich auch mich wenn dir das was du jetzt gesehen hast wenn ich das genauso beeindruckt hat wie es mich immer wieder beeindruckt dann kannst du mit mir kontakt aufnehmen ich helfe dir hier mitzumachen und du hast ja jetzt schon in der e mail gelesen beziehungsweise von mir gehört momentan gibt es wieder eine aktion bis zu 67 prozent günstiger das ohnehin schon sehr sehr günstigen monatlichen schrägstrich jährlichen beitrags wenn ich das interessiert dann wende dich an diesen menschen der dieses video gezeigt hat und wenn das ich war dann wende dich natürlich an mich unter diesem video findest du sämtliche möglichkeiten um mit mir kontakt aufzunehmen beziehungsweise weiterführende informationen das war's mit diesem video ich hoffe du bist geflasht und wenn es sich bald an denjenigen diejenige die sich die dir dieses video gesendet hat alles liebe hier war dein klaus anton meyer